Ein Beitrag von Theopau-Löwengrub auf ansage.org. Der Titel Miese Inszenierung. Der weinerliche ZDF-Aktivist und das Klimamädchen. Vom 21. September 2023. Brav aufgesagt. Reporter Bode, bevor er Klimatränen verdrückte, mit der Tochter des zufällig ausgesuchten Demonstranten. Die Plumpheit der Klimapropaganda in den gebührenfinanzierten, seriösen Medien springt inzwischen jede Vorstellungskraft und lässt sich von satirischen Überzeichnungen praktisch nicht mehr unterscheiden. Anfang der Woche sorgte der ZDF-Reporter Ben Bode, der besser als TV-Missionar in einem evangelikalen US-Religionsprogramm à la Hour of Power aufgehoben wäre, als im deutschen Fernsehen und der natürlich auch für die ultralinke ARD-Anstalt WDR tätig ist, für Aufsehen und Spott, als er von einer Freitagsdemo über das Dauerthema Klimawandel berichtete. Bode musste die Echokammern des Hauptstadtjournalismus dafür nicht lange verlassen. Er besuchte einfach eine Demonstration der letzten Generation in Berlin, wo ihm zufällig ein kleines Mädchen über den Weg lief. Auf die Frage, warum es auf der Demo mitlaufen möchte, sagte das Kind brav auf, was ihm möglicherweise Eltern, Kita-Betreuer oder Grundschullehrer und Aktivisten zuvor eingebläut hatten. Naja, weil es halt meine Zukunft ist. Ich will halt nicht irgendwo leben, wo es dann ganz heiß ist oder wo überall Müll rumliegt und wo überall Klimakatastrophen sind. Doch hier ging die Inszenierung erst richtig los. Bode richtete sich mit pathetischer Miene auf, ihm stockte scheinbar die Stimme, er rang mit den Tränen. Dann begann er tatsächlich an zu weinen und sagte schluchzend zu den Mädchen, Ich finde es voll cool, dass du mitläufst. Es zeigt uns Älteren, wie wichtig das ist. Was hier wie ein billiges, aufgesetztes Schmierentheater aus dem Sektenmilieu wirkt, stellt in Wahrheit einen neuerlichen, schwer zu ertragenden Tiefpunkt von öffentlich-rechtlichen Pseudojournalismus dar. Weiter könnten sich die linksgrünen Medienaktivisten der Staatssender vom einstigen Credo des seligen Hans-Joachim Friedrichs, jener Journalistenlegende aus grauen Vorzeiten, als die öffentlich-rechtlichen Sender wirklich noch für Qualität und Anspruch standen, gar nicht entfernt haben. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Doch mit Bodes Klimawahn-Geheule war der Gipfel des Skandals noch gar nicht erreicht. Vorgestern verdichteten sich die Anzeichen, dass es sich hier wieder einmal um eine gezielte Manipulation der Zuschauer handelte. Denn bei dem scheinbar zufällig aus den Reihen der Demonstranten ausgewählten Vater des Mädchens, der es zu den Demonstrationen begleitet hatte, handelt es sich nämlich um einen aktiven Unterstützer der Klima-Irren, wie die Auswertung von Aufnahmen zeigten. Der Mann stört jeden Montag massiv die Bemühungen der Polizei, eine wiederkehrende Blockade der letzten Generation in Berlin aufzulösen und tritt dabei regelmäßig als Zufallspassant auf, der sich mit den Straßenklebern solidarisiert. Es existieren Videos, in denen der Mann sichtlich genervte Polizisten penetrant beschwatzt, bis er von ihnen schließlich aufgefordert wird, sie nicht länger bei ihrer Arbeit zu stören. Zu seinen wiederkehrenden Äußerungen gehören etwa Ansprachen an die Polizei, wie, Zitat, sie können sich dafür entscheiden, Gewalt anzuwenden. Ja, aber sie können sich auch dafür entscheiden, sie runterzutragen. Was spricht dagegen? Oder seien sie doch einfach anständige Mitmenschen. Wer sich einige der Videos anschaut, auf denen das nervtötende Engagement des Klimavaters zugunsten der Klimakriminellen dokumentiert ist, erkennt auch, auf welch groteske Weise die Klimakleber sich inszenieren. An einer Stelle, sagt er zur Polizei, also ich finde es unangemessen, wenn sie der Frau wehtun. Bei der Frau, deren Schicksal dem Mann so zu Herzen ging, handelte es sich um eine junge, hardcore indoktrinierte Aktivistin der letzten Generation, die in öffentlich einstudierter Weise weinte und schrie, als würde ihr die Haut bei der lebendigen Leibe abgezogen, nur weil die Polizisten sie von der Straße aufhoben. ARD, ZDF und die meisten anderen Mainstream-Medien unterstützen diese absurde Verzerrung der Wirklichkeit, indem sie solche Bilder nicht nur unkritisch und verzerrend weitergeben, sondern mittlerweile auch schon durch öffentliche Weinkrämpfe der eigenen Reporter, die sich unter Aufgabe jeglicher journalistischer Standards zu Unterstützern dieser Endzeit-Sekte machen. Die Frage, ob ihr Tun gerechtfertigt ist und die Behauptungen über die angebliche Klimakrise überhaupt zutreffen, wird nicht einmal mehr pro forma gestellt. Dass die Forderungen dringend und völlig berechtigt sind, steht zweifelsfrei fest. Während bei jeder noch so begründeten Demonstration gegen die massiven Freiheitseingriffe des Corona-Staates peinlich genau der Hintergrund der Teilnehmer ausgeleuchtet und deren Anliegen diffamiert und lächerlich gemacht werden, wird der Klima-Irrsinn völlig unkritisch als Tatsache präsentiert, über die gar nicht mehr gesprochen werden muss. Der Vater des Mädchens dürfte Klimahol-Suse Bode also bekannt gewesen sein. Doch ganz egal, ob die Begegnung Bodes mit dem Mädchen und seinem Vater nun zufällig war oder nicht. Das lächerliche, fremd-schamwürdige Rührstück, das daraus gemacht wurde, fügt der täglich schwindenden Reputation des öffentlich-rechtlichen weiteren Schaden zu.